So, Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 3. Wir wollten zu Citra, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist ein bisschen lang her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber jetzt daddeln wir mal wieder ein bisschen ein paar Ständchen für uns. Und, wann machst du da? Mann in pink. Bisschen rumsaufe. Und es ist aus irgendwelchen Gründen auch immer dunkel. Muss uns im Endeffekt egal sein. Wir müssen irgendwie zu Citra. Da hinten ist ein Bötchen. Ein Chatsky. Ich glaube, mit dem müssen wir sogar fahren. Fahren wir mal ein bisschen rum hier mit den Chatskis. Und folgen einfach mal dem leckeren Ausrufezeichen. Oh, der fackt da vorne ist ein Licht. Was ist das für ein Hass da vorne? Da vorne ist ein Licht. Und hier ist eine Höhle. Cranker Shit. Wollen wir da mal rein, oder was? Warte mal, was sind das für geile Blumen? Boah, ich habe Angst, dass ich jetzt gar nicht ein Kroko irgendwie wieder... ...und irgendwas schießt. Was ist das denn? Erstmal... Blaues Blatt. Da vorne ist nochmal. Heiligen Lotus. Jawohl, Alter, ist bestimmt ein paar Euro wert. Schnell wieder drauf, bevor irgendwie ein Hai kommt. Wieder irgendwie... Alter, das ist geil. Loll, ist geil. Alter Schwede. Oh, das ist voll gruselig. Loll, ich sehe gar nichts. Was ist das für ein... What? Noch als voll die Höhlenforschung. Alter Schwede, guck dir... Ihr seht bestimmt gar nichts. Ich sehe ja selber nichts. Ich steuere einfach, plant das irgendwo rum. Oder was ist das denn, eine Ziege? Geil. Und es wird wieder hell, jawohl. Schon mal Ziege überfahren, oder wie sieht's aus? Nee? Okay. Huch. Naja, steuern wir einfach mal weiter. WTF? What? Steine. Steinhass. Erkunde die Insel, oder sprich mit Zitra, um mein neues Missionsstil zu willkommen. What the fuck? Verpisst euch. What? Die schießen auf mich. Mami, die schießen auf mich. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Aua, aua, aua. Komm, mal pisst euch mal. Lappen. Nachladen. Aua. Komm, pisst euch, ihr könnt doch eh nix. Haben, totseite. Und ich hab euer Boot. Maha. Hoffe ich zumindest. Dann war ich mit der Framerate los. Komm, krieg dich mal wieder ein. Alter Schwede. Und, zack. Gehen wir mal da hoch. Unser Bötchen, unser neues. So. Und interagieren hier. Ist der AGs geschützt, das ist gut zu wissen. Let's go. Och, nö. Och, komm, Leute. Pam. Jawohl, das war jetzt legendär. Das haben sie jetzt nicht erwartet, die Lappen da vorne. Mäheh, heh, 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 heh. So. Strahlend blauer Himmel. Und... Wir fahren gerade falsch, merke ich gerade. Oder? Hä? Warte, ich blick's gerade nicht. Wir fahren auch richtig. Lol, wenn ich nach da rüber lenke. Ach, wir müssen nachher vorne. Lol. Ich steig jetzt hier einfach aus und lauf zu Fuß irgendwie. Keine Ahnung. Wasser will der irgendwie jetzt gar nicht mehr. Ich muss aufpassen, dass hier kein Tiger oder irgendein Scheiß kommt. Komme ich da eigentlich hier hoch? Bestimmt nicht hier. Oh, doch, hier komm. Ich höre schon wieder Feuer, Alter. Was ist denn das jetzt? Nur noch behinderte Leute auf dieser Insel. Lol. Lol, ich seh... Ich seh gar nichts. Heftig. Gucken wir doch einfach mal und join der Party vielleicht. Aber auch noch vielleicht. Ich reiß dich auseinander. Ich reiß dich auseinander. Lol. Was sind denn die... Dr. Lapenskis? Der Schwede. Geiler Ausblick, muss ich sagen. Nicht schlecht. Kann man lassen. Gut. Ups, ich mach's immer wieder falsch. Gleich mal. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich hab doch gerade erst gegessen. Das kannst du doch jetzt nicht machen mit mir. Na super, hier wär ein Weg gewesen, aber... LOL. Lol. Ich will euer... Ich will eure Haut haben. Ham. Hirsch. Ja, mir tut's ja auch selber leid, aber... Der ganzes Sinn vom Spiel ist einfach irgendwie... ...töten. Oh, ich höre einen Tiger oder so. Oh, ich höre irgendwas. Oh, da ist ein Bär! Oh, da ist ein Bär! Da ist ein Bär! Oh, nein! Tissi! 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 What the fuck? What? What? Alt! Schwer! Alter, da war ein Bär. Habt ihr das gesehen? Da war ein Bär. Guck mal, ein Bär. Süßer, kleiner Braunbär. Oh, what the fuck? Boah, lol, jetzt sind wir wieder da hinten. Jetzt sind wir mich komplett rollen. Alter Schwede. Was? Können wir eigentlich irgendwie Schnellreise irgendwo hin machen? Das wollte er hasst die ganze Zeit. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, nee, da bin ich schon. Nee, ich bin gar nicht in die Amanaki. Ich bin irgendwo anders. Was ist das hier eigentlich? Ich bin eine Memory Card nehmen. Speicherkarte. Okay. Ähm, wie komme ich jetzt hier raus? Dir bestimmt. Na komm. Na ja, gut. Ist nur um Wären gestorben. Dahinten müssen wir noch Quest, wollen wir aber nicht machen. Warum ist auch einmal wieder dunkel? Da habe ich noch durch jetzt geschlafen, oder was? Alter Schwede. Na ja, fahren wir eben die Bühne mit dem Auto weiter. Kostensläpe. Alter Schwede. Lol, da vorne sind sie wieder am rumdriven. Ich weiß noch nicht mal, ob es meine Kumpels sind, oder... Aber es... Ja, das sind Kumpels. Hoffe ich doch. Nee, das sind... Irgendwie... Was ist das denn? Lol. Lol, was ein Hass. Verpisst euch. Alter Schwede. Da treiben sie einfach mal mir gegenüber. Denken sie sich, der Simi Rowling, der Hating, ne? Sage ich auch. Aber jetzt sieht es aus, dass wir hier wenigstens... Ach, du Heilige. Nein. Nein. Böse Bubis. Okay, die fahren mir entgegen. Das heißt, wir könnten mal so ein bisschen crashen und so. Oder auch nicht. Verpisst euch. Ja, ja, ja. Sehr gut. So. Schön ausgewichen. Oh, die fahren mir hinterher. Und die fahren mir hinterher. Und die fahren mir hinterher. Und die fahren mir immer weiter hinterher. Jetzt hoffen wir nicht mehr. Lol, Brücke. Okay. Unser Ziel ist irgendwo und nirgendwo. Da ist ein Funkturm. Den will ich eigentlich einnehmen. Ich glaube, jetzt driften wir mal hin. Da ist ein Funktürmchen. So, ein bisschen... Okay, raus da. Was ist das denn hier? Crank. Na, hier nur ganz schnitten. Gut. Gehen wir mal hoch. Und wir haben hier da volle, volle Muni. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und das ist voll weit weg. Das ist voll der Hass. Aber aua. Oh. Oh nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Ne. Uiuiui. Und ich höre irgendwelche Lappen. Und das war's dann gut. Oh ne, da ist noch einer. Lol. Lol, was schluckst du? Idiot. Das ist mal schön plündern hier. So sieht's nämlich aus. Bam. Sieben Dollar, Alter. Kann ich mir schon mal... ...fünf Lollis kaufen. Ups, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Ich will meine schöne... ...waffe wieder haben. Und Garnaten, Alter. Jawohl. Gut, das Auto merken wir uns hier. Können wir hier eigentlich rumklettern? Ne, ne? Sieht schlecht aus, naja. Ach, chillig hier irgendwie. Wenn hier nicht der dicke Rauch wär. Und hier ist eine Höhle wieder. Eine Mini-Höhle oder ist das eine dicke Höhle? Lol, das ist ein Schatz. Krass, hoffentlich ist da dick Money drin. Königsspielkarte, na super. Und Granaten. Und Faustwaffenmunition. Und 26 Dollar. Naja. Wäre es halt nix. Always look on the bright side of your life. So. Was ist denn eigentlich das für ein Pfeil die ganze Zeit? Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ach nee, das ist unser Ziel. Ah, okay. Erstmal das Funktürmchen. Muss ja auch sein, ja? Das ist ja auch wirklich wichtig im Spiel. Das ist wirklich so. Wenn wir jetzt die ganze Zeit rumlaufen, Quests machen ohne Funktürme einzunehmen. Dann, ähm, ja. Passiert sowas. Nicht schon wieder wechseln. Ich will doch nur plündern. Mein Fresse. Ach, den kann ich nicht plündern. Den kann ich. Nein, nicht schon wieder. Gib mir das. Gib mir das. Und jetzt. Gleiche plündern. Gleiche. Jawohl. Dankeschön. 4 Dollar. Das hat sich natürlich gelohnt. Irgendwo war doch noch so ein Lapensky. Hier war ein Lapensky. Und da ist ein Gleiter. Crank. Nice. Oh. Oh, wir sind ganz so hoch. Okay. Irgendwo war noch Schweinchen. Was hat denn? Oh. Oh, das sind doch. Oh, shit. Das sind Wölfe. Oh, oh. Und, oh, oh. Frame. Framerate. Das. Lol. Framerate. Gib mir den auf den Sack. Gib mir den auf den Sack, Framerate. Lol. Bestimmt wieder Antivirusprogramm hinten am Rumspacken. Das ist doch immer so. Hier ist noch ein Schweinchen. Lol. Was sind das für Hassleute da hinten? Na? Lol. Da rennt wieder letzte G. Okay. Und die chillen auch hier leben, da hinten. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen gucken. Okay. Alter, Framerate. Gib mir den auf den Sack jetzt. Was soll denn das? So, das hat sie sich anscheinend wieder beruhigt. Nicht? Gehen wir einfach mal hoch.